Jee, ist ein Loop-Jungler, ey. Nee! Oh, really? So, Leute. Jee. Wir haben Fährwurf Jee dabei. Ich bin natürlich Jee mit der Tank-Version. Keine Sorge. Hier wird niemand verletzt. So. Coming, Bot! Okay, los geht's. So, geschlitzt. Ja, mein Schaden war so krass, dass der Flash einfach diszipliert. Okay, das ist. GG. GG. So ein nice Hook. Surprise, motherfucker. Oh, fuck. Oh, shit. Was war das? Also, das war, muss ich sagen, the biggest power play I've ever done in my life. Okay, der hat halt geintet bis zur Kanalisation. Wow. Dieser Doppel-Ao-Detect, dass der den nächsten angreift, ist so witzig, ne? Kennst du dich von so einer, die ja natürlich... Ja, leider auch. Wow, ich hab's einfach wirklich gesidest. Ich hab's halt wirklich... Ich hab's gesidestappt, so wie's mir in meiner Macht steht. Und er hat mich trotzdem getroffen. Das war der biggest Knock-Up EU. Hand hoch, wer gesagt hat, ich hab das wirklich gesidestappt. Einen hab ich mir gesneakt. Ey, da ist er. Ich bin ja ein bisschen alleine dran. Uh. Wie oft ich hier weggebumst werde. GG. Okay, das war irritierend gut. Also, beruhigt euch. Aber ich hatte halt keinen Smite. Okay, also das war Bombo-Kombo. Der Renekton ist zwar übel zu Sorte am Rasieren. Also der macht auf jeden Fall seinen Job sehr gut. Kann man sagen. Aber leider haben wir auf der anderen Seite eine Uri, die quasi genau das gleiche macht. Oh, die Uri macht das leider AOE. Das tut er doch nicht. Nekton! Ansonsten. I think we need your help. I think we need your help. So, okay. Ich hab überlebt. Und ich dodge die eigene Wand. Okay. Alter, das ist das ist GG, Alter Ja, ich kann da leider nicht rein, weil doch jetzt kann ich rein dieser Knockup, Alter dieser Knockup war einfach jetzt geben wir Gargoyles und das ist so fuck fickte Scheiße in der Fall noch Smiten, aber da kann ich nicht na scheiße Zulück bei die Stools, Gang Flash Flasch für blöd jederzeit ein schönes Bild hast du da, Maxim ich nenne es never die never die never die Jeeee Nie krabbschf blanc flaschf dann spring ich hier dann, irgendwann springe ich hier auf jeden Fall an Alter, du bist grad rüber geflasht Lass mich durch, du fette Ratte! Ja und jetzt? War gar nicht so schlecht. Ja, bloß keine Ult. Hätte ich Ult gehabt, wäre sie tot. Sie hat geultet, ich hab nicht geultet. Soraka heal! Ja, Soraka heal auch noch! Der hat er locker gekillt, er hat fünfmal gekillt. Und Summoners Belts. Ich hab ja gar nichts, ich war ja nackt! Ich hab trotzdem geslappt. Ich hab sie noch gesmited. Und dadurch ist sie geslaut. Alles cool! Okay, da misst einer auf jeden Fall was. Was war das denn? Hier war selbst umgebracht mit dem Klonias. Okay, aber hier können wir vielleicht sogar fighten. Ja. Scheiße. GG! Niiice! Aua! 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 Glas! Aua! 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 Aua